Was geht ab ihr Autos? Wir sind heute unterwegs im Mondo Verde. Es ist ein winziger Freizeitpark mit Tierpark und ganz viel Gärten und Tropenhaus. Und da stehen zwei Dovis an der Kasse. Ja, ich fühl mich mal rotzart. Schön die 8 Euro gespart. Wir sind 16 zusammen. Das ist schon nice gemacht, ja? Und es ist echt warm. Ja, aber nicht das. Schön. Schon nice gemacht, ja? Mir ist echt warm. Ja, aber nicht das. Wow! Oh, das ist fucking beautiful! Ein Kamel ist ein Wunder. Ein Kamel ist ein Wunder. Weil es ausgelaugt wenig Nahrung braucht. Ein Kamel ist ein Wunder. Voll schön hier in Portugal, oder? Oh, yeah! Ich wollte gerade um was geschieben. Ich sage mal, fängt das ein. NordicJet! Ich bin zu fett dafür. Unfertiger Lockflug. Ich habe keine Angst. Kein bisschen. Hast du die überhaupt angemacht? Nein. Hast du die überhaupt angemacht? Ja. Ich muss drüber gehen, halt. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Es hat auch nur so ein Stück gefehlt. Das Entenhaus reingeschimmert ist. Ja, ja. Ich mache jetzt was Lustiges. Film das doch. beim ersten versuch bis ganz oben über das gelände darüber springen nächstes Jahr jasper ja 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 aber das ist ein 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 aber der ein Ich kann unser Auto sehen. Noch eine Runde? Ich habe keine Lust mehr. So, wir sind fertig hier. Raus mit uns. Auch wenn die Wartezeit bei der Achterbahn sehr kurz ist und sich einige Re-Rides anbieten würden, verzichten wir heute mal darauf. Warum singe ich das jetzt? So, wir sind jetzt hier gleich fertig und dann geht es noch rüber zu Snow World. Und was uns da erwartet, das habt ihr bestimmt im Titel schon gelesen. So, wir sind jetzt extrem lange noch mal gefahren. Mark hat jetzt mal extrem verkackt. Wegen mir sind wir doppelt so lange gefahren. Nö, wir haben gewartet. Wir standen an der Bushaltestelle. Jedenfalls sind wir jetzt bei unserem zweiten Ziel angekommen. Hinter diesen Bäumen tut man das nicht. Celebration guys. Ich bin noch nie so ein Ding gefahren. Das ist eh so krass. Was? Nein. Was? Wir haben jetzt noch ein bisschen gefühlt, damit wir mehr Gewicht auf die Strecke bringen und schneller runter bringen. Das ist der Plan. Ja. 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 Das sagt nicht, dass du arm bist. Das sagt einfach nur, dass du dich nicht gut um deine Sachen kümmerst. So. Erste mal IP-Coaster für dich, va? Ich finde mei spannend. Das ist ein Kletterpark. Wahrscheinlich versteht ihr mich nicht, weil es so windig ist. Wir sehen uns oben, würde ich sagen. Geht es auch schneller hier. So, wir sind gleich oben angekommen. Und dann geht das hier ab. Freie Bahn mit dem Marzipan, würde ich mal sagen. Das hat Spaß gemacht. Ja, sowas auch. Es dauert leider noch ein bisschen. Auf geht's in Runde Nummer 2. Noch mal dabei sein, noch mal frei sein. Ich habe ein bisschen Angst, wenn der Bro hinter mir fährt. Der will mir jetzt schon angekündigt, der möchte mich von hinten rammen. Der kleine Schurke. Dieses Scheusal. Was? So was möchte ich übrigens zur Arbeit fahren. Das würde doch Spaß machen, oder nicht? Aus Sicht. Ey. Evakuierung. Evakuierung. Rollback. Also es ist schön hier. Mit dem leichten Lüftchen. Schatten von den Bäumen. Schatten von den Bäumen. Aber ich will fahren. Yeah. Wuhu. Es geht mega. Ich geb ihm. Bumm. Ohhhh. Aaaaah. Nogw твоiey, ohhhh. Nogw. Jetzt fährt die Mama eine Runde, Jaspi, hör und tu weiter deinen Pommes-Nuckels. Oh, der kommt irre. Au. Mein Arm. Sag mal, was sitzt du denn? Hallo. Das ist nicht hoch, ne? Nee. Das ist nicht hoch, ne? Wie oft musst du zwischendurch warten, wenn du mit dir unterwegs bist? Länger. Das handelt sich manchmal um Stunden. Schade, dass wir dabei waren. Es ist eine Träne der Freunde, dass sie jetzt weg sind. Du hast angefangen. Tschö, YouTube. Tschö, Gompterbsabonnenten. Wir können leider doch noch nicht nach Hause, weil wir einen offenen Allmertheim gefunden haben. Oh, yeah. Kommt der Jaspi heute auch noch zu seiner Coasterfahrt. Ich hab's gefunden. Ja. Oh. 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 Warte mal. Es gibt auch noch ein günstiges. Geil. Falls ihr Blutbee nicht kennt, das ist eine Limonati, die nach Sassafras schmeckt. Probiert es aus. So. Jetzt geht's aber nach Hause. Tschüss, Lieblings-Supermarkt. Tschüss Holland. Vielen Dank.